Bei Nissan auf der Vienna Autoshow 2014 steht der neue Qashqai im Mittelpunkt. Die zweite Generation des Erfolgsmodells startet im Februar. Zahlreiche Assistenzsysteme, etwa autonome Notbremsfunktion, Müdigkeits- oder Verkehrszeichenerkennung, sind nun beim Qashqai genauso erhältlich wie die neuesten Multimedia- und Navigationsfeatures. Alle Qashqai-Motoren verfügen nun über Turboaufladung und Start-Stop-System. Am sparsamsten gibt sich der 110 PS Diesel mit 3,8 Liter Normverbrauch. Allrad gibt es natürlich auch, wenngleich der Griff zu 4WD-Varianten nicht so beliebt ist. Der neue Qashqai kostet ab 20.990 Euro. Allrad beginnt bei 29.290 Euro.